So Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Be Banjo Kazooie. Ich habe jetzt Banjo Kazooie quasi wieder ein bisschen neu gestartet, äh Quatsch, nicht neu gestartet, sondern hier, diese Aufgaben nochmal neu gemacht. Jetzt sind die auch alle schön verteilt, Arschlöcher. Und jetzt kann ich mir auch ganz gechillt die Note hier krallen und werde jetzt ein bisschen wieder durchgereicht. Alles klar. Äh, und dann auch das Puzzleteil, gar kein Problem. Ich habe das jetzt einfach nochmal alles offscreen gemacht und auch einen First Strike geschafft, also das war alles gut. Oh, und sieh mal eine an. Wasser strömt in dieses Riesenteil. Lustig, und das wird jetzt ein Gesicht. Cool. Jetzt ist ja auch die Frage geklärt, wie man, wow, an die, wie kann man denn bitte unter Wasser diese komische Platte dann, äh, berühren. Ich weiß es nicht, wie man an die Noten und an den Mumbo-Shettle kommt. By the way, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Es wäre ganz, wäre schon zu begrüßen, wenn hier unten nochmal ein Jinjo wäre. Weil ich habe erst zwei. Ja, nice. Ich habe keinen Schimmer, wo die anderen zwei sind, wirklich nicht. Ähm. Wie viele kommen denn noch von den Noten? Jetzt müssen wir durch sein, ne? Ja, sind wir auch. Äh, gut. Dann, was machen wir als nächstes? So, wir haben jetzt acht Puzzleteile und wie viele Noten? 92. Uns fehlen sowieso noch acht Noten. Und eine Sache, die wir machen könnten. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob diese, die, 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 die Sachen hier funktionieren. Was funktionieren die denn? Oder Wasser? Natürlich nicht. Gut. Dann, wir wissen ja, wo noch eine Flutplatte ist. Ähm, deswegen gehe ich mal da hin. Nämlich da hinten bei der Bären-Sphinx. Ähm, wenn mir übrigens ein paar Noten fehlen sollten. Ja, dann weiß ich, wo die sind. Und, ähm. Wenn mir dann am Ende irgendwie Noten tatsächlich fehlen, dann, wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Ich packe das schon. So, jetzt, wenn ich ganz kurz mal hier schaue, ob wir hier vielleicht noch irgendwas vergessen haben. Weil hier war ein Mumm, aber den haben wir eingesammelt. Okay. Ähm, ja, genau. Perfekt. Dann fliegen wir mal, warte mal, ich glaube, das war ein extra Leben. Äh, fliegen wir mal hier hin zu dem. Ähm, komischen Vogel oder so. Und treffen es genau ins Rote. Oh, ja, genau. Und jetzt haben wir 18 Sekunden Zeit, da reinzukommen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man hier fliegen kann. Dann kommt man hier ganz easy rein. Hui. Das musste ich jetzt machen, komm. Und dann kommt man hier rein. Und hier ist auch nochmal was. Ah, ich hab keine Ahnung, was hier ist. Hier ist eine Schlange, okay. Kann sein, dass das hier die letzten Noten sind. Ich würde es echt begrüßen. Noch ein Numberschädel. Noch vier Noten fehlen mir. Jetzt noch zwei. Okay. Wenn das hier ist tatsächlich die letzten... Ah, ne, hier sind sie. Okay, gut, dann war es das. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Jo, das haben wir. Das freut mich jetzt auch irgendwie. Hi, wer bist du denn? Hallo, Freunde. Ich bin Ruby. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze. Du Flötenpitz. Das trifft sich. Ich sehe da oben nämlich einen Schatz. Er gehört euch, wenn ihr an ihn herankommt. Ja, was soll das jetzt heißen? Ruby. Oder wie es auch immer heißt. Heißt das, wir... Machen wir vielleicht hier so. Will ich nochmal mit ihm sprechen? Okay, ich hab jetzt gerade keine Ahnung. Hier vielleicht... Da... Ups, äh, nein. Äh, so. Nope. Also, ich hab jetzt gerade hier tatsächlich null Ahnung. Vielleicht auch mal im Kreis drum rennen. Ne, das macht's auch nicht. Ähm, vielleicht... Ähm, vielleicht... Ist es hier irgendwie... Mit dem Ted... Äh, Reptet... Oder so? Oder irgendwie... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Gerade tatsächlich. Vielleicht irgendwie dem... Oh, äh... Eins auf die Schnauze hauen. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte jetzt, wir müssten hier mit dem... Ah, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Oh, wie gemein. Also, das war schwierig sogar. Äh, vielleicht... Könnten wir das... So machen. Ah, ein bisschen anders drin vielleicht. Ähm... So. So. Na komm. Okay. Tatsächlich, da rührt sich was. Noch was. Na komm, ich schieße jetzt einfach mal durch hier. Ich weiß, jetzt hab ich nicht so viele Eier. Aber... Ui, das wird immer schneller. Ach so. Jetzt bleibt anscheinend gecountet. Oh mein Gott. Das ist schwierig. Ähm... Jetzt. Nice. Tausend Dank, meine Freunde. Mein Freund. Histop wird euch nun helfen. Danke, Histop. Ui, ui, ui. An was hält sich Benji bitte da fest? Haha. An gar nichts, Leute. Und hier ist nämlich unser neuntes Portal. Wunderbar. Wenn ihr gerade irgendwelche Nebengeräusche tut. Äh, hört. Tut es mir leid. Ähm... Dann müsst ihr halt damit klarkommen. Nachbarn machen Krach. Oder so. Wer weiß. Ist echt nicht auszuhalten. Ähm... Bekommt man hier noch was? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil... Jetzt fällt mir wirklich absolut gar nichts mehr ein. Was ich... Was ich... Also was wir machen können. Also was ich machen könnte. Wo könnte denn noch was sein? Ist ja schrecklich. Mit dem Sound. Klar! Das Jinjo-Puzzleteil. Oh Gott. Ähm... Wo könnten denn die Jinjos sein? Bitte. Hier könnte noch einer versteckt sein. Wobei ich das... Oha... Nicht unbedingt begrüßen würde. Ist hier noch was überhaupt? Ähm... Kommt ich vielleicht irgendwie... Nee... So nicht. So nicht, mein Freund. Nee... Ah... Dieses Drecksmoving. Scheißteil. Geh weg. Bleib mir vom Leib. Du dummes Vieh. Sie können übrigens besiegen, aber es ist schwierig. Kann es ja gerade mal demonstrieren. Also man kann die, glaube ich, gar nicht besiegen. Man kann sie nur so wegstoßen. Ähm... Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo noch ein Jinjo sein könnte. Wir brauchen ja sogar noch zwei Jinjos. Also... Ui! Ähm... Gleich... Ähm... Geht die Decke runter. Wir brauchen jetzt... Sieht man das auch irgendwo? Vielleicht? Das kann man nicht sehen. Ja, das ist immer geil. Ah doch, ich glaube, man kann es sehen. Ähm... Ja doch, da unten sieht man es. Wir brauchen jetzt noch zwei Jinjos. Ich habe von beiden keine Ahnung, wo sie sein könnten. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, wo die sind. Puh... Gibt es doch gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Wo könnten die sein? Was ich vermute... Ist auf jeden Fall einmal in diesem komischen Labyrinth. Da könnte ganz gut anders versteckt sein. Also nicht in dem hier, sondern... Ähm... Dem da. Dass es da drin ist. Okay, jetzt hat auch der Sound aufgehört. In dem... In... Ups. In... In dem... Nein. Och Gott, was mache ich denn? In dem hier. In diesem... Komischen Tempel. Ich habe mich gerade wieder super ausgedrückt. Aber ich war auch gerade ein bisschen mysterisch. Deswegen hier drin, meine ich. Hier drin könnte noch sehr gut an Jinjo versteckt sein. Oder oben drauf oder so. Oben drauf. Statt aber gar nicht zu sein. Kann ich... Kann man hier vielleicht... Ne, kann man nicht. Okay, schade. Nein! Also ich schaue jetzt einfach nochmal in diesem komischen Labyrinth nach. Und wenn da keiner sein sollte, dann... Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Ja, das habe ich ja schon mal vorgelesen im letzten Tag. Aber ich glaube, ich vermute hier kein Jinjo. Ihr werdet euer Blau schon da erleben. Ihr habt nicht auf uns gehört, Mama. Vielleicht, wenn wir hier mal so ein bisschen mittig lang gehen. Also hier quasi kann man gar nicht. Okay. What the frick? Ich bin gerade quasi... Okay. Wenn hier so ein bisschen so lang geht, kann man hier vielleicht irgendwie einen Jinjo entdecken. Zum Beispiel hier lang. Hier könnte doch gut einer versteckt sein. Hier so. Hier ist keiner. Ist mir auch jetzt egal, wenn ich ein Leben verliere, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir schnuchzpiep egal. Hier sind Federn. Nee, dann ist hier auch kein Jinjo. Also ich habe jetzt schon die offensichtlichsten Stellen durchsucht. Hier darf kein Jinjo sein, sonst bin ich richtig sauer auf das Game. Nee, es sieht auch nicht danach aus, als ob hier einer wäre. Wenn hier einer ist, dann flägt mich bitte zu Tode. Aber hier ist tatsächlich keiner. Ja, natürlich. Genau für den Ausgang. Macht aber nichts. Hier den Jinjo am Start haben wir, ne? Ja. Das musste ich gerade mal schauen. Wo sind eigentlich diese Turnschuhe hier? Die sind doch von nichts gut. Oder kann man mit dem Adder irgendwas machen? Ich verstehe es nicht. Wo sind die letzten Jinjos beim... Zur Hölle noch eins. Hier könnten sie auch gut einen hinpacken. Haben sie aber nicht. Hier haben sie ja das hingepackt. Oh, hier haben sie einen hingepackt. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. So, jetzt findet es nur noch einer. Wo könnte denn der andere sein? Ach du Kacke. Das ist echt eine Sucherei für sich. Also wenn ich den jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten finde, dann werde ich einfach den Part schon beenden. Und wer soll ich das in der Beschreibung verlinken, ob ich ihn gefunden habe oder nicht? Aber das ist doch nicht wahr. Und wenn jetzt da einer sein sollte, dann flamme ich bitte zu Tode. Also da beim Labyrinth war ich nicht. Ich werde jetzt... Ja, das bringt ja auch nichts. Nee, das lasse ich auch direkt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Oh, ich hätte die Musik doch nicht auch, oder? Keine Ahnung. Äh, hier war das Labor. Hier war das, äh, genau. Hier war der Ginger drin. Boah, der war mies versteckt. Ich konnte auch... Aber dann wird hier auch nichts sein, ne? Nee, das könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass hier ein Ginger drin ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist da auch einer, den ich habe mich schon eingesammelt. Dafür ist es einfach der Platz oder Raum viel zu klein. Was sein kann, ist, dass hier noch ein Ginger drin ist. In der Bären-Swinges. Das werde ich jetzt auch mal gerade überprüfen. Aber ich kann es gar nicht fassen, dass mir noch zwei Gindos gefehlt haben. Das ist ja eigentlich echt regelrecht viel. Wenn man das mal so vergleicht, ist das schon was. Auf jeden Fall, ähm... Auch hier könnten die auch einen richtig fies hin tun. Ganz fies. Ach, das haben sie nicht gemacht. Hier sind die komischen Schriebel. Nee, dann wird hier tatsächlich keiner sein. Nee, oben, okay. Dann schaue ich jetzt mal hier. Ähm... Nee. Ach, du kack. Die könnte überall einer sein, ne? Dann, ne... Wenn ich jetzt gerade mal schauen... Mein Nagel ist ganz verstopft. Das wissen wir schon, mein Freund. Ähm... Okay, 14 Eier. Ja, das reicht aber noch. Wäre lustig, wenn es nicht mehr reicht. Hachi. Oh, das ist besser. Jinxie, Jinxies Nase ist wieder frei. Komm doch herein. Das habe ich auch schon im ersten Part von dieser Welt gesagt. Aber ich glaube... Hier ist auch kein Jinxie, oder? Oder? Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Ah, hier ist auf jeden Fall keiner. Okay, dann werde ich einfach mal hier drauf gehen. Ganz dreist. Um zu schauen, ob nicht irgendwo einer sein kann. Wir haben auch gerade nicht so viele Eier. Und nicht reicht das noch. Will ist auch gerade ein bisschen sparsamer sein. Schön zielen. Wie wollen die denn immer? Reicht eins? Ja, es reicht sogar eins. Okay. Oh, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen voreilig. Aber ich schaue doch auch kein Jinxie zu sein, oder? Doch! Da hinten! Ey, wie fies! Okay, dann wäre das doch schon mal abgehakt. Oh mein Gott! Was für eine fiese Kacke war das denn? Ich glaube, den bekommen wir gar nicht so. Den bekommen wir hier mit, ne? Oder? Tatsächlich. Boah, war der fies! Holy... Boah, war der fies! Der war fies! Der war echt fies! Das müsst ihr zugeben, der war fies! Darauf kommt man nicht! Also man geht den regulären Weg zurück. Das hat Maria wieder richtig gut gemacht, muss man einfach mal sagen. Aber ich habe sowieso die maximale als alle feiern. Dann ist, glaube ich, diese Welt jetzt auch zu 100% abgeschlossen. Jo, wenn man das mal mit Freezy Peak vergleicht. Diese Welt ist schwieriger als Freezy Peak. Ich habe dafür 58 Minuten gebraucht und für Freezy Peak glatte 10 Minuten mehr. Und die Freezy Peak ist eigentlich viel leichter. Und ich habe sie noch nicht mal zu 100% abgeschlossen. Das werden wir jetzt noch machen. Wir werden Freezy Peak jetzt auch zu 100% abschließen. Indem wir... Ja, wir haben ja jetzt den neuen Move. Und deswegen können wir jetzt auch das Rennen gegen den Bär... Hier. Das Rennen gegen den Bär fahren. Jetzt nochmal zum Abschluss der Bau. Und dann haben wir diese Welt... Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich bin auch richtig schlau. Zu 100% abgeschlossen. Alter, ich bin richtig froh, muss ich sagen. Ich habe das für drei Parts gebraucht für die Welt. Das fand ich auch angemessen. Und die waren auch alle... Zum Teil sogar hatten die Unterlänge. Ich weiß gar nicht, ob sagt man das so. Auf jeden Fall waren die Parts nicht die längsten, die ich je gemacht habe. Oh, ich bin jetzt froh. Das kann man auf jeden Fall wieder schon mal lassen, oder? Jetzt werde ich auf jeden Fall... Das Overworld-Puzzleteil kann ich ja schon mal holen, ne? Von Welt 6. Ui! Von Welt 5, meine ich. Oh Gott. Von Welt 6 war richtig. Oh Gott, ich komme hier schon ganz durcheinander. Es gibt insgesamt neun Welten, kann ich ja gerade mal sagen. Das heißt, uns stehen jetzt noch drei bevor. Nun lasst uns aber erst mal zu Freezy Peak gehen und lasst uns das Overworld-Puzzleteil holen, was übrigens scheiße schwierig ist. Und dann das Puzzleteil, was uns noch fehlt. Contilla, bläst euch jetzt den Marsch. Ich versöhne euch den Arsch. Okay. Das hättest du wohl gerne, Wundhilda. So, dann gehen wir mal hier lang. Ups, genau. Hier ist nämlich diese blöde Drecksflugplatte. Ne? Oh, da ist jetzt auch diese Drecksflugplatte. Und jetzt lasst uns schnell dahin gehen. Ich hab schon verkackt. Denn man muss dabei wirklich viel schneller sein. Viel schneller. Ja. Kacke. Und wie macht man das überhaupt auf hier? Wie macht man das auf? So nicht. Ich weiß grad überhaupt nicht, wie man das aufmacht. Das spinnt jetzt. Hier auch wieder. Ganz komisch. Ich glaub... Wisst ihr, was ich übrigens glaube? Wie man es aufmacht? Also hier lang nicht. Irgendwo... Genau, da hinten konnte man... Hoch. Ähm... Ich glaub, man muss von oben drauf fallen, oder? Das wär doch ne plausible Erklärung. Von ganz oben, mein ich. Oder eben... Oder nicht. Nein? Okay. Oh, jetzt... Jetzt wüsste ich... Glaub ich... Nee, das geht ja auch nicht. Also von ganz oben wär das übrigens selbst ein Mord. Äh... Du, ich hab jetzt keine Ahnung, wie das jetzt sein soll. Oder wie das geht. Wie das sein soll. What the fuck. Wie man die Spinnennetze bitte aufkriegen soll. Kann man hier vielleicht irgendwie... einen Schalter finden, oder so? Der das macht. Die Spinnennetze aufbekommen. Hier ist auch wieder so ein Warp-Teil. Nee, ich hab keine Ahnung. Oder vielleicht so? Irgendwie... Nee, Quatsch. Nee, wie ging das denn jetzt nochmal? So? Nee. So? Nee. Scheiße. Mal... Ja, genau so. Äh... Ja, nee. Also, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer. Wie man diese dummen... Ach Gott. Spinnennetze aufkriegen will. Ich, ähm... Probier's jetzt zwar noch ein bisschen weiter, aber... Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ich, ich... Vor allem, es wäre so einfach. Ja, es wäre so einfach. Wenn wir das einfach mit dem, äh... Stamm... Mit der Stammwartacke machen können. Aber nein. Natürlich nicht. Und jetzt brennt Tilda. Zum Frühstück ist sie... Gegrillte Grillen... Zum Abendessen gibt es... Cutsteak... Cutsteaks... Was isst du dann bitte, wenn du so fett bist, äh... Stammwartacke... Ich helfe euch jetzt nicht mehr. Dann halt nicht. Nee, Spaß. Ähm... Das Warzengesicht liebt zum Nachtisch. Hacke Peter mit Marmelade. Ekelhaft. Oh, ihr armen Schatzis. Eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch ein wenig erfrischen. So ist es besser, nicht wahr? Armer Bär, so dick und rund. Bald peitsche ich ihm den Hintern wund. Na, das will ich aber nicht hoffen. Das wird die auch nicht machen. Ich glaube, die ist schon zu dumm dafür. Oh, jetzt hab ich sie aber gegeben, Contrilla. Äh, was ist eigentlich auf dem... Auf dem... Auf dem Brot drauf? Okay, da kann man nicht drauf. Hätte man ja gut was drauf machen können. So, Leute. Brotstum. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie zum... Wie zu... Spaß. Wie zur Hölle. Ja, wie zur Hölle. Diese Kacke machen soll. Soll ich ihn einfach nur so von ganz um... Boom. Das war weird. Aber so geht es anscheinend nicht. Nicht wahr? Muss ich vielleicht hier Gegner drauf locken? Komm mal gerade her. Kommst du her? Kommst du wohl? Kommst du? Kommst du? Du dummer Idiot. Der geht hier nicht drauf. Was muss man hier machen? Rhea, sag es mir. Mann. Mann. Ich habe keine Ahnung. Ah, da machen wir halt erstmal das Puzzle-Teil in FreeZP oder den Part. Ich beende den, aber jetzt hier schon. Also in dem Part haben wir, äh, Goobies werden abgeschlossen. Nochmal zusammengefasst. Und im nächsten Part machen wir dann FreeZP und das Overworld Puzzle-Teil. Also bis dann. Also bis dann.